Ich bin der Vanjan Bruchovac, ich bin 16, ich komme aus Trauen und ich mache Lehre als Zweiradmechaniker. Es ist mein Traumberuf, weil es auch mein Hobby ist. Ich habe als kleines Kind schon selber bei den Radl herumgebastelt. Mittlerweile mache ich es bei meinen Mobius. Am wichtigsten ist, dass man handwerklich geschickt ist und dass man freundlich zu den Kunden ist. Und ich darf von den Fahrzeugen, die was kommen, die Reifen wechseln, Bremsflüssigkeit wechseln, also Service machen. Ich mache dann meine Ausbildung, dann schaue ich, was die Zukunft bringt. Lebe dein Talent. Dieses Berufsporträt widmete Ihnen die WKO Oberösterreich.